Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Warzen sind in der Regel kleine, harte Wucherungen auf der Haut, die durch das humane Papillomavirus HPV verursacht werden. Warzen sind in der Regel kleine, harte Wucherungen auf der Haut, die durch das humane Papillomavirus HPV verursacht werden. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, einschließlich gewöhnlicher Warzen, Dornwarzen, Flachwarzen und Feigwarzen. Diese können an verschiedenen Stellen des Körpers auftreten, einschließlich der Hände, Füße, des Gesichts und der Genitalregion. Die Entstehung von Warzen wird durch direkten Kontakt mit dem HPV-Virus begünstigt. Dies kann durch Hautverletzungen oder Risse in der Haut erleichtert werden. Darüber hinaus sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem anfälliger für Warzen. Es gibt verschiedene pflanzliche Naturheilmittel, die zur Behandlung von Warzen eingesetzt werden können. Hier sind unsere Top 12. Teebaumöl Bekannt für seine antimikrobiellen Eigenschaften, kann Teebaumöl auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden, um das Wachstum der Warze zu hemmen. Knoblauch Knoblauch hat natürliche antibakterielle und antivirale Eigenschaften, die helfen können, Warzen zu bekämpfen. Ein kleines Stück Knoblauch kann auf die Warze gelegt und mit einem Verband fixiert werden. Rizinusöl Durch das regelmäßige Auftragen von Rizinusöl auf die Warze kann die Haut erweicht werden, was es erleichtert, die Warze zu entfernen. Aloe Vera Aloe Vera Gel kann beruhigend auf die Haut wirken und bei der Bekämpfung von Warzen helfen. Es kann mehrmals täglich direkt auf die Warze aufgetragen werden. Schöllkraut Eine Pflanze, die in einigen traditionellen Behandlungen zur Warzenentfernung verwendet wird. Apfelessig Kann helfen, die Warze auszutrocknen und zu reduzieren. Zitronensaft Aufgrund seines hohen Säuregehalts kann Zitronensaft bei der Behandlung von Warzen helfen. Löwenzahnkraut Löwenzahn enthält Milchsäure, die helfen kann, die Warze abzutragen. Das frische Milchsaft aus den Stängeln kann auf die Warze aufgetragen werden. Boxhornklee Boxhornklee-Samen enthalten Verbindungen, die antivirale Eigenschaften haben und bei der Behandlung von Warzen helfen können. Sie können als Paste auf die betroffene Stelle aufgetragen werden. Echter Beinwell Beinwell ist bekannt für seine entzündungshemmenden und heilenden Eigenschaften. Ein Beinwellumschlag kann helfen, die Warze zu behandeln. Klettenwurzel Klettenwurzel wird manchmal zur Behandlung von Warzen verwendet, da sie entzündungshemmende und antimikrobielle Eigenschaften besitzt. Die Wurzel kann zerkleinert und als Umschlag auf die Warze aufgetragen werden. Goldrute Diese Pflanze wird aufgrund ihrer erstringierenden Eigenschaften manchmal bei der Behandlung von Warzen eingesetzt. Ein Tee aus Goldrute kann äußerlich auf die Warze aufgetragen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass pflanzliche Naturheilmittel bei der Behandlung von Warzen möglicherweise nicht für jeden gleich wirksam sind. Darüber hinaus ist es ratsam, vor der Anwendung jeglicher Behandlungsmethoden BE einem fachkundigen Arzt, Naturheilpraktiker oder einem Dermatologen Rat einzuholen, insbesondere wenn es sich um hartnäckige oder schmerzhafte Warzen handelt. Es ist immer wichtig, vorsichtshalber medizinischen Rat einzuholen, insbesondere wenn die Warzen ungewöhnlich groß sind, sich in Farbe oder Form verändern oder Schmerzen verursachen. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Warzen und deren naturheilkundlichen Behandlungsmöglichkeiten zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei durch und durch gesund!